Rabbisch rachli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam millisani yafqahu qawli Allahumma la ilma lana illa ma allamtana innaka anta al-alimul hakim Liebe Geschwister im Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ich freue mich und danke Allah subhanahu wa ta'ala dafür, dass ich heute unter euch sein darf und ich danke Ihnen auch dafür, dass er es uns erlaubt hat heute in einem seiner Gotteshäuser ihn subhanahu wa ta'ala für ein paar Momente zu gedenken Das Thema, worüber wir inshallah ta'ala sprechen werden ist das Thema, was im letzten Vortrag mein geehrter Vater vorgeschlagen hat und zwar, das war die Jugend im Islam und das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiger Thema vor allem, da ihr auch seht, die meisten, die hier anwesend sind sind mashallah Jugendliche und Shabab und wenn ich über die Jugendlichen spreche dann sind da drunter auch die Frauen zu verstehen Liebe Geschwister Rasulullah s.a.w. sagt in einem Hadith da bei Tabarani überliefert wird von Mu'ad ibn Ujabbar r.a.w. sagt Rasulullah s.a.w. sinngemäß dass die Füße eines Sohnes von Adam sich nicht bewegen werden erst wenn sie nach vier Sachen gefragt werden die erste Sache ist sein Leben, wo er ihn verbracht hat die erste Frage das gesamte Leben wo das gesamte Leben verbraucht wurde und die zweite Frage ist wo ein Schababihi fima abla die Jugend wo sie verbracht wurde und die dritte Frage nach seinem Besitz und das Geld woher er es verdient hat und woran oder worin er es ausgegeben hat und die vierte Frage ist sein Wissen was er damit getan hat dieser Hadith ist wirklich ein sehr sehr wichtiger Hadith ein Hadith der sehr viele Lehren mit sich trägt ein Hadith der uns sagt der uns beibringt dass Yawm al-Qiyama ein sehr sehr schlimmer ein sehr sehr schlimmer Moment ist ein sehr sehr gefaltiger Tag ist er bringt uns bei dass wir für Allah subhanahu wa ta'ala alleine stehen werden ganz allein ohne Anwalt ohne Dolmetscher ohne Fürsprecher ganz allein und er sagt uns auch dass wir Rede und Antwort geben müssen auf die Fragen die uns Allah subhanahu wa ta'ala stellen wird und diese Fragen sind wahrlich keine einfachen Fragen diese Fragen sind die wichtigsten überhaupt man wird gefragt nach dem ganzen Leben und das ist wiederum ein 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 Weckruf an jedem Menschen und vor allem an jedem Muslim dass wir nicht wie Tiere leben ohne Sinn sondern wir haben eine Aufgabe wir haben einen Zweck den wir erfüllen müssen wir haben eine Aufgabe für der wir erschaffen wurden ohne diese Aufgabe zu erfüllen ohne diese Aufgabe zu erfüllen macht unser Leben keinen Sinn und diese Aufgabe ist welche und ich habe den Jinn und uns nur erschaffen um mir alleine zu dienen das ist unsere Hauptaufgabe das ist der Sinn worum wir erschaffen wurden und darüber werden wir Jauh Al-Qiyama gefragt das ganze Leben wo hat man es verbracht wie hat man es verbracht auf Allahs Weg in Allahs Wohlgefallen orda wal'iyadu billah auf dem falschen Weg nicht auf Allahs Weg sondern im Weg der Sünden und Allah zu leuten wal'iyadu billah und dann liebe Geschwister wird der Mensch gefragt erstmal wird er allgemein über das ganze Leben gefragt und dann wird er nach einem sehr 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 wichtigen Abschnitt im Leben gefragt du wirst nicht gefragt nach deiner Kindheit und du wirst auch nicht gefragt nach der Zeit wo du alt bist sondern nach deiner Jugend warum liebe Geschwister warum ist diese Zeit sehr sehr wichtig weil diese Zeit man hat die komplette Kraft die komplette Stärke körperlich als auch geistig heutzutage sind die Maßstäbe und die Verständnisse verdreckt und umgeändert worden heutzutage die Jugend für die Jugend wird immer eine Ausrede gegeben wenn irgendjemand irgendwas macht während er noch jung ist wird es immer auf die Jugend geschoben er ist noch zu jung er ist in der Pubertät er ist noch nicht volljährig er versteht das Ganze noch nicht und 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 dabei bei uns im Islam Rasulullah hat schon sehr sehr früh die Verantwortung auf die Schulter der Jugend weitergegeben und dies müssen wir auch verstehen und nachvollziehen weil eine Ummah eine Gemeinschaft die nicht auf ihre Jugend achtet und nicht ihre Jugendlichen aufbaut und ihnen Verantwortung gibt ist eine verlorene Ummah weil der Nachwuchs kommt von wem die Älteren werden sterben und wer ist derjenige der die Verantwortung weiter tragen soll die Kinder und Jugendliche nach ihnen ist eine logische Sache aber heutzutage werden wir weil unsere Verständnisse ja bearbeitet falsch bearbeitet wurden nehmen wir keine Rücksicht mehr darauf so sehen wir dass wir auch das ist auch geplant von den Feinden des Islams dass die uns äh dass die uns ähm 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 nicht manipulieren sondern äh 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 beschäftigen sie beschäftigen uns mit weniger wichtigen Dingen so sehen wir zum Beispiel liebe Geschwister unser Leben von den meisten Jugendlichen und leider kann muss man auch sagen sogar von den älteren Leuten besteht aus was besteht aus was wir haben so viele Nebenbeschäftigungen als wichtigere Dinge ich sage wenn die Jugendlichen heutzutage sich nur um Arbeit kümmern würden wäre es eine gute Sache natürlich in erster Linie geht es um Islam natürlich in erster Linie muss man Allah subhanahu wa ta'ala gehorsam sein muss man Allahs Weg folgen aber selbst wenn man da nicht so stark ist aber man sich um die Dunja kümmern würde um Arbeit um Ausbildung um 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 wäre es eine nicht schlechte Sache aber die meisten Jugendlichen die meisten Shabab der Muslime kümmern sich mit allem andere außer mit wichtigen Sachen im Leben so sehen wir was für Beschäftigung haben wir wir haben Beschäftigung mit Sängern mit Musik alle Sänger sind bei uns bekannt von A bis Z ob es Hip-Hopper Rapper oder Rocker sind egal alle Kategorien Schauspieler genauso alles Unwichtige Fußball subhanallah guckt euch mal nur diese 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 Beschäftigung an wenn man Fußball folgt man das ganze Leben nur Fußball fängt Bundesliga deutsche Pokal oder andere Pokal Champions League Europapokal Weltmeisterschaft Europameisterschaft Freundschaft Spiele und dann noch die Premier League die die Primärer Division die Serie A wenn man nur das folgt und das ist nicht denkt euch nicht dass das einfach so läuft die Leute haben einen Plan wenn man das alles folgt wann wann betet man wann macht man Wicker wann geht man einen Kreis